Stadtwerke Ingolstadt Besser ganz nah Die schminken sich manchmal. Die versammeln sich immer meistens sehr auf. Es ist schwarz. Da gibt es ganz viele Zuschauer. Meistens passt da immer jemand auf, dass niemand sich wehtut. Es ist manchmal so ein Drache drauf. Das kann man auch im Fernsehen sehen. Die sind manchmal gut. Deutschland gegen Brasilien. Und die Spiele sind vielleicht auch ganz heftig. Und es spielen gerne auch Mädchen. Die Spiele sind schnell. Matthew und Lecky. Und die, welche nicht für die Mannschaft sind, die schreien immer muu. Und sie spielen sehr gut. Sie haben so etwas auf dem T-Shirt, das wie ein Schild ausguckt. Vielleicht schwarz-rot gestreift. Und der Lieblingsspieler ist noch der Garnilo. Und der Lieblingsspieler ist noch der Garnilo. Danke. Vielen Dank.